Liebe Skeptiks, heute gibt es mal wieder ein etwas anderes Video für euch. Ich habe mit Alicia Joe gesprochen. Mein letztes Video zu den versteckten Gefahren von Smartphones und Social Media hat zwar dem YouTube-Algorithmus nicht so gefallen, dafür fand es Alicia ziemlich spannend. Und deshalb haben wir uns zu einem Talk verabredet. Dabei ging es um Privilegien und Bildung, staatlichen Paternalismus und die Frage, ob wir vielleicht jetzt oder bald in der Matrix leben. Den ersten Teil des Gesprächs findet ihr hier auf Alicia's 2 Kanal. Bitte liken, abonnieren und kommentieren. Das gilt natürlich auch für ihren Hauptkanal und ohne weitere Worte zu verlieren, zitiere ich Lex Friedman. And now, dear friends, here's Alicia Joe. Da hacke ich genau einmal gerne rein, weil das ist tatsächlich sowas, da kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich finde, das ist ein netter Ansatz und ich sehe das auch privat total so. Also ich würde es so machen mit meinen Kindern. Ich würde es auch in meinem Umfeld jedem so empfehlen. Und ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die es nämlich genauso auch sehen und verstehen. Das Ding ist, das ist halt auch wieder so ein, wie soll man sagen, so ein armreich, privilegiert, nicht privilegiert Gefälle, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich bin jetzt auch schon länger in der Medienbranche unterwegs. Und wenn ich so, also ich, das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Ich rede wirklich viel mit Leuten auch über dieses Thema. Und gerade die Leute, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, erfolgreich in dieser Branche sind, gutes Geld haben und so, die wissen alle über dieses Problem Bescheid. Die sagen dann teilweise sogar, ja, ja, meine Kinder sind auf so einer Schule, wo überhaupt kein Smartphone erlaubt ist. Und das ist für alle so. Und wir reden auch mit dem Kind voll offen drüber. Und unsere Kinder kriegen ab zwölf. Und dann gucken wir zusammen mit denen, wie ist das eigentlich bei Fortnite. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, das ist ja super und schön und gut. Aber das ist halt dieses, wie soll man sagen, also wenn du halt in einem Hochhausblock wohnst, so ganz, ganz vereinfacht gesagt, fünf Kinder, vielleicht auch schlechte Kenntnis von Medien in der Familie. Es wird sich gar nicht darum gekümmert. Kinder haben einfach irgendwann ein Smartphone. Da kannst du halt nichts erreichen mit, ja, lass doch mal alle zusammenschließen und mal zusammen überlegen, wie gesund oder ungesund das für unsere Kinder ist. Und daher wäre ich fast dafür, dass man irgendwie das eventuell über die Schulen macht. Da ist halt die Frage, wie leistet man das irgendwie? Muss man dann morgens kontrollieren und Handyabgabe und dann abends wieder ausgeben? Ist ja auch total schwierig. Aber vielleicht auch über Verbote, keine Ahnung. Oder eben, ja, wirklich über Gesetze. Aber ich bin eigentlich auch kein Fan davon. Also ich fände es irgendwie scheiße, das mit einem, also mit so einem, wie bei Zigaretten, mit so einem richtigen Grenzding zu versehen. Fände ich auch irgendwie blöd. Also für so gefährlich halte ich es dann doch nicht. Ja, das wäre halt natürlich wieder sehr paternalistisch irgendwie. Gut, ihr seid selber irgendwie nicht in der Lage, euch zurückzuhalten, gesund damit umzugehen. Deswegen müssen wir es verbieten. Und das ist super interessant, aber da sieht man halt auch wieder, dass man bei fast jeder Diskussion dann irgendwie mal auf der sozioökonomischen Lage von Leuten landet. Und da ist dann natürlich immer Bildung ein Thema. Wie sind die, ja, wissen die Leute überhaupt Bescheid bei sowas? Und ja, ich meine, wahrscheinlich könnte man auch ganz viele Korrelationen sehen, weiß nicht, in einem Haushalt, wo eben, ja, wie du es beschrieben hast, jetzt so im Hochhausblock oder so, ja, da sind auch noch andere Probleme. Da ist wahrscheinlich auch weniger Geld da und weniger Bildung. Und dann ist es auch so mit Smartphones bestimmt viel, viel schwieriger. Und den Leuten, ja, denen muss man halt auf vielen Ebenen sowieso helfen. Und das ist auch einfach nur eine weitere Ausprägung des Problems, also soziale Ungleichheit am langen Ende. Ja, da sind wir wahrscheinlich schon auf den Kern der Sache gekommen. Und auch ein interessanter Punkt, eben, weil du mit den Schulen angesprochen hast, das fand ich dann auch wieder sehr, sehr ernüchternd, dass das größte Hindernis für Schulen war, sowas durchzusetzen. Also morgens zum Beispiel Smartphones einsammeln und dann am Ende wieder zurückgeben, waren die Eltern von den Kindern, die dann durchgedreht sind, weil sich ihre Kinder nicht, also die möchten die die ganze Zeit erreichen. Ja, und da sind wir bei dem Helikopter-Thema. Da habe ich mich super drüber lustig gemacht. Ich habe dann wiederum jetzt die Gegenposition gehört und muss mich da auch ein kleines bisschen wieder einfangen. Aber ist jetzt wahrscheinlich nur für die USA gültig. Aber gerade in diesem Summer News Video haben sie auch gesagt, ja, die Eltern und Kinder, die wollen halt auf ihre Smartphones nicht verzichten, weil die Angst vor School-Shootings haben, dass es auch in den letzten Jahren irgendwie extrem hochgegangen ist. Und ja, dass sie dann halt sich sicherer fühlen, wenn sie irgendwie ein Smartphone haben. Könnte man auch wieder sagen, okay, ein normales Telefon funktioniert vielleicht auch. Ja, genau. Das denke ich halt mir so im Sinne von, du kannst halt immer noch, also das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, ich würde tatsächlich einem Kind in der ersten Klasse heutzutage schon ein Telefon mit, einfach nur Telefonfunktion mitgeben, einfach aus Sicherheitsgründen, klar. Weil dann kann das Kind im Zweifelsfall zu Hause anrufen. Es kann, wenn es das kann, die Polizei rufen mit 110. Und ja, auch ansonsten irgendwie vielleicht mit anderen Freunden eine Nummer austauschen. Die Frage ist halt, wie ist es mit Smartphone? Allerdings, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, weil Desi jetzt so ein Video gemacht hatte, genau, wo sie das gesagt hatte. Heutzutage kannst du ja auch manche Sachen gar nicht mehr ohne Smartphone machen. Ich weiß nicht, wiefern das Kinder betrifft, aber sowas wie in manchen Städten kannst du am Automaten zum Beispiel keine Bahntickets mehr ziehen, sondern musst das über die App machen. Oder du hast jetzt zum Beispiel bei Carsharing oder sowas, musst du ja über die App freischalten, das jeweilige Auto. Das ist jetzt vielleicht kein Kinderthema. Aber das ist natürlich auch nochmal so eine Frage, wie sehr integrieren wir Social Media beziehungsweise Smartphones in unser Leben? Und wie sehr haben wir gleichzeitig ein Problem, dass wir alle abhängig irgendwie von den Geräten werden? Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja auch irgendwelche logistischen und praktischen Grenzen hat. Also zur Vollständigkeit halber, Heutz sagt auch, also dass sie natürlich so ein normales Flipphone, nennt er es, also ein normales Handy halt, haben sollen, wo sie auch texten können und so weiter. Heutz spricht nicht nur über Dinge, die beängstigend sind, sondern auch über positive Sachen. Sein etwas älteres Buch, Die Glückshypothese, könnt ihr euch bei Blinkist anhören. Blinkist hat eine unfassbar große Audiobibliothek an Sachbüchern mit über 6600 Titeln in deutscher und englischer Sprache. Aber der Clou ist nicht, dass ihr dort stundenlang komplette Audiobücher hört. Der Clou ist, dass die Bücher und die Ideen darin in ca. 15 Minuten durch kurze Audiokapitel auf den Punkt gebracht werden. Wenn du auf der Suche nach einem glücklicheren Leben bist, andere glücklich machen willst oder einfach fundiertes Wissen aus der Glücksforschung haben willst, findest du in Die Glückshypothese Antworten. Auch Glück ist kein abstraktes Hokus-Pokus-Konstrukt, sondern rational erklärbar und erreichbar. Blinkist ist die eine App, die nicht mehr aus meinem Alltag wegzudenken ist. Wenn ich zu Themen recherchiere, kann ich Bücher, die ich früher gelesen habe, kurzerhand mit den Blinks rekapitulieren und mein Gedächtnis triggern. Und wenn ihr die besten Ideen teilen wollt, könnt ihr dazu das neueste Feature Blinkist Spaces nutzen. Dort könnt ihr die wichtigsten Ideen mit euren Freunden und eurer Familie teilen. Die brauchen dazu kein weiteren Account, sondern euer Premium-Account reicht. Ihr kreiert einfach euren Space und ladet eure Freunde oder Familienmitglieder ein und teilt ab jetzt eure Highlight-Titel mit ihnen. Ich habe mir schon lange vorgenommen, weniger elektronische Geräte und Applikationen zu nutzen. Da es meine Verwendung von Blinkist auch kein Widerspruch, sondern es hilft mir dabei. Erstens spare ich Zeit beim Medienkonsum und zweitens gibt es auch jede Menge Content zu Social Media und einem gesünderen Umgang damit. Holt euch dazu einfach den 25% Rabatt fürs Jahresabo. Startet jetzt euren sieben-tägigen kostenlosen Testzeitraum, indem ihr auf meinen Link in der Beschreibungsbox klickt. Ja, du hast völlig recht, wenn wir die Infrastruktur gar nicht mehr haben, dass man so irgendwie durchkommt durchs Leben, das ist natürlich auch schlecht. Also umgekehrt, dann rege ich mich auch persönlich immer über die nicht vorhandene Automatisierung irgendwie oder Digitalisierung in Deutschland auf. Und da würde man ja echt einen Schritt auch wieder zurück machen. Aber es ist halt super schwierig, weil, also offensichtlich ist es ein komplexes Thema und wir werden es auch heute nicht lösen. Deswegen gehe ich auch immer so ein bisschen hin und her mit meiner Meinung, weil das Hauptproblem ist halt tatsächlich, dass es halt eben um Kinder geht und dass man die irgendwie da schützen muss, weil die die Medienkompetenz irgendwie nicht haben und auch nicht haben können in dem Alter. Aber natürlich willst du ja auch nicht neue Probleme machen, indem wir jetzt dann wieder, keine Ahnung, ihr Leben erschweren. Voll, also... Also es ist echt super das Dilemma. Ich glaube, die Lösung muss am Ende, also wenn wir in 50 Jahren nochmal sprechen, ich glaube, die Lösung wird wirklich eine härtere Altersgrenze sein, weil auch das, also ich nenne das Beispiel immer ganz gerne, weil ich das so bildlich finde, Social Media ist halt so eine Art Tool und es ist halt die Frage, ab wann kann man mit diesem Tool umgehen? Wenn du jetzt zum Beispiel ein scharfes Messer hast, dann würdest du niemals ein, keine Ahnung, sechsjähriges Kind mit einem scharfen Messer hantieren lassen, wohingegen ja, erwachsene Menschen können damit was sein. Was schnitzen oder was zu essen zubereiten und so. Und so ähnlich, vielleicht noch ein bisschen drastischer, sehe ich es bei Social Media, wegen eben diesen süchtig machenden Faktoren. Also da sind ja teilweise auch Erwachsene nicht vorgefeit. Aber im Sinne von, es braucht eigentlich schon entweder, dass wir flächendeckend verstehen, man muss Kinder daran lernen. Das haben wir ja zum Beispiel bei Messern flächendeckend verstanden. Ich glaube, jedes Elternteil weiß, bevor mein Kind ein Messer in der Hand hat, muss ich mit dem üben, wie man mit einem Messer umgeht. Vielleicht kriegen wir das bei Social Media hin. Ansonsten muss man halt sagen, nee, es muss einfach eine Alltagsgrenze geben, um einfach so grundsätzlich zu gewährleisten, dass kleine Kinder oder jüngere Kinder sich nicht selbst verletzen. Sei es eben in dem Bild oder sei es dann mental, die Psyche betreffend, ja. Voll, ja. Da ist halt einfach der kausale Zusammenhang eben so eindeutig, dass es auch wirklich der Blödste dann irgendwie mal checkt. Ja, ein Kind sollte halt vielleicht nicht irgendwie mit einem Messer rumrennen, weil es einfach nicht in der Lage ist, adäquat damit umzugehen. Also da hast du auch vollkommen recht. Das hat mich gerade auch noch daran erinnert, an einen Punkt, den du eingangs so gesagt hast. Ja, das wie beim Rauchen oder beim Trinken, das Beispiel hatte ich auch verwendet in meinem Video, dass wir jetzt ja alle irgendwie wissen, dass es gefährlich ist und wahrscheinlich auch so das Bauchgefühl haben bei Social Media, dass es nicht ideal ist, vor allem auch nicht für Kinder, aber auch für uns selber nicht. Da würde ich das Stichwort noch reinwerfen. Da gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff dafür, aber dieses Konzept von Delayed Gratification, wenn ihr das was sagt, also sozusagen verzögerte Belohnung. Ja, ja, ich glaube Belohnungsaufschub nennt man es im Deutschen, ja. Genau, und vielleicht ist dann das Gegenteil wie so Bestrafungsaufschub oder so. Also Belohnungsausschub wäre ja dann zum Beispiel, ja, ist halt so schwierig irgendwie ins Fitnessstudio, also sich ein Sixpack anzutrainieren, weil man sieht halt irgendwie erst nach einem Jahr Resultate oder sowas. Und genauso ist es ja auch beim Rauchen. Also du rauchst, hast du jedes Mal deinen coolen Dopamin-Kick und du weißt, es ist ungesund, aber der Lungenkrebs, der kommt dann halt erst irgendwie so 20 Jahre später. Und das Gleiche haben wir also A, glaube ich, bei Smartphones generell, wenn jetzt halt Kinder damit irgendwie umgehen und dann werden wir in zehn Jahren hoffentlich nicht so drastische Folgen sehen, wie ich jetzt gerade befürchte, aber könnte ich mir halt gut vorstellen. Und das lässt sich auch darauf anwenden, ja, auf unser Scrolling. Also ich habe auch ein paar Kommentare gekriegt, die echt so gesagt haben, ja, ich brauche das selber für mich, um mal irgendwie runterzukommen so abends. Also ich bin total abgestresst und so und will mich einfach ein bisschen berieseln lassen von TikTok oder von Reels und so weiter. Ich weiß, dass es schlecht ist, aber ich mache es dann trotzdem, weil in dem Moment ist es halt irgendwie, fühlt es sich halt gut an für mich. Und da ist immer dieses Konzept, okay, du hast jetzt eine schnelle Belohnung, aber langfristig, also hinten kackt die Ente, hat ein Dozent von mir immer gesagt. Also, aber du siehst es halt nicht direkt und dann ist die Korrelation einfach nicht so leicht erkennbar, wie jetzt beim Messer an einem kleinen Kind. Und ich glaube, da liegt halt auch echt die Gefahr, dass du es einfach nicht so direkt siehst. Würdest du sagen, wir haben uns, um das mal ganz groß zu machen, das Thema, als Menschheit schaufen wir uns gerade so unser eigenes Grab, weil alles, was wir so entwickeln, und das beziehe ich jetzt auch mal zum Beispiel auf Ernährung und aber auch auf Technik, das ist alles viel zu krass, für wie wenig wir als Menschen insgesamt diesen Belohnungsaufschub schaffen. Also weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, als Menschheit ist es ja, also du kannst irgendwie eine richtig disziplinierte Gruppe von Menschen sein oder eben nicht, aber im Schnitt ist es für Menschen schwierig, Belohnungsaufschub zu machen. Also im Sinne von, ich gehe jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio, ich ernähre mich jetzt immer gesund, um halt in ein paar Jahren fit zu bleiben. Und genauso sehe ich es halt auch bei Social Media. Und dadurch, dass wir jetzt, da haben wir ja gerade das Problem, dass wir wirklich merken, okay, westliche Gesellschaften werden im Schnitt immer dicker, weil eben das nicht klappt, weil man eben schnell mal dann doch lieber die Pommes isst als den gesunden Salat. Und ich sehe das bei Social Media eigentlich auf das gleiche Phänomen zu steuern. Also im Sinne von, wir sind eigentlich mental noch gar nicht stark genug, um mit dieser Art von süchtig machenden Technik umzugehen. Ja, ich glaube, dass man es echt, nee, ich glaube tatsächlich, dass du da auf etwas auf der Spur bist oder sogar, dass sich das zumindest oberflächlich eins zu eins darauf anwenden lässt. Also es ist ja wirklich ein bisschen so wie Fast Food, einfach digitales Fast Food für uns, ist halt so ein Reel. Glücklicherweise gibt es halt auch irgendwie anspruchsvollere Formate, also keine Ahnung, jetzt ist es ein Drei-Stunden-Podcast oder so, die voll anspruchsvoll sind, die funktionieren ja auch. Also irgendwie da ist ja auch ein Markt und ein Bedarf da. Aber ja, wenn es halt mal schnell irgendwie was Unterhaltens sein soll, dann greift man halt irgendwie dazu. Und das ist genau wie mit dem Essen, ja. Also wir sind nicht darauf ausgerichtet, dass halt immer irgendwie Zucker da ist, wie es jetzt einfach in jedem Essen ist. Und natürlich, wenn es immer da ist und bevor man dann sich halt irgendwie stresst und sich irgendwie kasteit und sich jetzt noch den Salat machen muss, dann greift man halt lieber irgendwie zur Chips-Tüte. Ja, ich glaube, das ist genau das gleiche Problem, das sich da auch entwickelt. Und dann ist natürlich so Selbstdisziplin, ist eigentlich so der Schlüssel, aber ist halt schwierig. Vor allen Dingen, wenn du es dann gar nicht lernen konntest, gerade jetzt, wenn wir jetzt von der Gen Z reden oder so, die halt wirklich so damit aufwachsen, wie sollen die lernen, dass man das Handy auch mal weglegt irgendwie, wenn das immer da ist. Also ja, aber ich glaube, ja, also ich habe es bis im Kreis geredet, aber ich sehe das Problem wirklich eins zu eins. Also wir können die Schablone echt drüberlegen und das ist, glaube ich, echt unser Problem, ja. Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt entweder einen Evolutionssprung hinbekommen und alle immer mehr darauf achten, dass wir selbst, ja, diszipliniert bleiben oder eben wir müssen eingreifen durch eben, ja, sowas wie den Staat, der uns hinlenkt und, keine Ahnung, auf Zucker eine Steuer macht und Werbung verbietet und Anreize setzt, sich gesünder zu ernähren. Also vielleicht muss man das genauso auch auf Social Media übertragen. Ja, weil wir sehen ja auch Entwicklung dann in die gegengesetzte Richtung, also keine Ahnung, so Selbstoptimierung, aber auch Selbstoptimierung so im positiven Sinne, also ich sage jetzt mal, wo man halt auch irgendwie bewusst verzichtet auf Dinge, auf Konsum in jegliche Richtung oder wie ich gerade auch als Beispiel gebracht habe, so lange Podcasts oder jetzt so lange, hoffentlich halbwegs anspruchsvolle Gespräche, wie wir gerade führen, dass sich dann auch Leute angucken und dass es nicht nur dieses immer schneller, kürzer und so weiter gehen muss. Also da sehe ich schon auch eine positive Entwicklung irgendwie von der Gesellschaft, aber wo wir vorher halt auch schon waren, am Ende bleiben halt auch wieder die zurück, die es sowieso schon schwer haben, weil die sind halt irgendwie vielleicht nicht in der Lage, bildungstechnisch das genug zu reflektieren, brauchen einfach auch mal ihre Ruhe, weil die halt auch irgendwie einen scheiß anstrengenden Job haben oder zwei Stück sogar und dann, wenn halt das Kind schreit am Abend, dann neigst du halt eher dazu, dir einfach das Smartphone in die Hand zu drücken, als jetzt dann auch irgendwie Erziehungsarbeit zu leisten. Solche Geschichten. Also und ich hasse eigentlich Interventionen vom Staat, ich bin da super libertär gepolt, aber ich sehe halt echt auch keine Lösung, weil du kannst es nicht von den Leuten abverlangen, dass sie das selber irgendwie komplett in den Griff kriegen. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Regelungen müssen da eigentlich irgendwie kommen. glaube ich jetzt gerade. Voll. Warte, ich bin gerade hier meine Kopfhörer am tauschen. Da hat es ja schon angekündigt. Sehe ich genauso. Und ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendein anderes Thema gibt, was wir anreißen sollten. Weil, ich weiß nicht, hast du dir abseits von Social Media so ein bisschen mal so Zahlen angeguckt, generell zum Thema Smartphone, weil ich bin doch immer bei einer Sache zur Erklärung hängen geblieben, die du eben vor ungefähr fünf Minuten gesagt hast. Leute schreiben dann in die Kommentare bei dir, dass sie so abends als Ausgleich das Handy benutzen, also so als kleine Belohnung. Was ich da als Problem sehe, ist eigentlich auch, was man so bei Alkohol oder bei Zigaretten oder so langfristig als Problem sehen kann, ist, dass es ja kein echter Ausgleich ist. Also von diesem, ich starre den ganzen Tag über bei der Arbeit acht Stunden lang in einen Bildschirm und dann bilde ich mir ein, abends als Entspannung auf TikTok zu sein. Dabei mache ich da eigentlich nochmal genau das Gleiche, nämlich ich starre in den Bildschirm. Und auch das, abseits von Social Media, halte ich für eine sehr, sehr ungute Entwicklung. Im Sinne von, dass ja echter Ausgleich eigentlich durch etwas anderes passieren würde, nämlich zum Beispiel durch rausgehen in die Natur, andere Sachen sehen, in die Ferne schauen, andere Gerüche und Sounds wahrnehmen, vielleicht Sport machen als Ausgleich zu dem Sitzen den ganzen Tag. Ja, deswegen würde ich sogar noch ein bisschen weiter fassen, dieses Ganze als nur Social Media und dann eben sagen, ja, es sind aber auch irgendwie die Smartphones an sich mit ihren Bildschirmen und sowas, die das Problem sind. Ja, total. Und das fällt mir gerade auch noch ein, weil du hattest mich ja sozusagen zitiert, dass es ja so acht bis zehn Stunden Screentime teilweise bei Kindern und Jugendlichen ist. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Erhebungen, ist in verschiedenen Ländern ein bisschen unterschiedlich und wie es auch genau erfasst ist. Und da ist natürlich dann nicht nur Smartphone und Social Media, sondern auch andere Screentime erfasst, aber es ist super viel. Und das ist ja genau das Gleiche, was du gerade angesprochen hast, dass man gerade Erwachsene jetzt nach der Arbeit genau das Gleiche wieder machen. Also ich halte es auch für völlig falsch. Wahrscheinlich wird man jetzt zu uns sagen, dass wir halt vom alten Schlag sind, konservativ. Und ja, da muss man noch irgendwie in den Wald gehen abends und dann die frische Luft, wenn sich die moderne Welt irgendwie am Bildschirm abspielt. Leider bewegen wir uns, glaube ich, echt dahin, dass es halt irgendwie normaler wird. Und auch Elon Musk hat das ja auch immer so gesagt, dass wir ja schon eigentlich so, also arbeitet er mit Neuralink an diesem Chip, den man sich wirklich implantieren kann und dann so ein halber Cyborg ist. Und er hat gemeint, ja eigentlich sind wir jetzt schon halbe Cyborgs, weil das Handy oder das Smartphone, das ist auch, es ist quasi nicht fest an unserem Körper, aber im Prinzip ist es auch eine AI-Erweiterung von uns. Du hast gerade was Witziges gesagt. Sorry, ich hake kurz ein, dieses, weil du gesagt hast, vielleicht sind wir so konservativ, wir müssen noch rausgehen. Vielleicht hast du in einer gewissen Art und Weise recht, dass das auch einfach so eine Entwicklung ist, die am Ende gar nicht so schlimm ist, im Sinne von, worauf ich hinaus will. Früher hat man ja zum Beispiel gesagt, ganz, ganz früher, als Lesen so in Mode kam, auch unter der breiten Bevölkerung, dass das Lesen jetzt das ist, was so diese anspruchsvolle Unterhaltung ist und so ganz vereinfacht gesagt, ja, oh nein, die Mädels, die sitzen nur noch fünf Stunden am Tag rum und lesen, und gehen nicht mehr durch die Natur, so ungefähr. Und heutzutage ist ja Lesen fast schon die alternative Entspannung zum am Smartphone sein. Also wenn man sagt, ja, ich habe heute gelesen, dann fühlt man sich ja fast schon irgendwie meditativ und gut. Und wer weiß, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass sich die Menschheit in so eine Richtung entwickelt, wo dann irgendwann halt, keine Ahnung, auf dem Smartphone scrollen und alles in doppelter Geschwindigkeit gucken, die Entspannung ist, zu dem, was wir ansonsten so machen. Und weißt du, wie ich meine? Also vielleicht, ja, hast du auch diesbezüglich recht. Aber sprich weiter. Voll, ich glaube, nee, ich glaube auch, dass es sozusagen eine natürliche Entwicklung ist, einfach weil sich technisch alles weiterentwickelt, dass man das mehr inkorporiert in seinen Alltag und in die Gesellschaft an sich. Und wahrscheinlich, zu einem gewissen Grad, sind wir eben auch jetzt halt die, die vor ein paar hundert Jahren irgendwie das Lesen kritisch gesehen haben, jetzt das Smartphone. Oder wir haben ja noch nicht mal über Streaming-Dienste und halt sich einfach Sachen binge-watchen und so gesprochen. Das geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Aber, ja, irgendwie, ja, wahrscheinlich bin ich da halt auch noch ein bisschen vom alten Schlag und sehe da einfach ein Buch lesen tatsächlich noch irgendwie wertvoll. Und zumindest ist es halt ein Ausgleich. Was ich auch noch kurios fand, aber jetzt, jetzt habe ich den Punkt vergessen. Vielleicht fällt dir gerade was Gutes ein, wo du einhaken kannst. Ich wollte noch ein guter Punkt sagen. Ja, ich glaube, wo man jetzt, wo ich jetzt uns nochmal verteidigen könnte, in der Hinsicht, ist, dass man natürlich sagen kann, ja, man, wie gesagt, man hatte immer Angst vor neuen Medien, man hatte immer Angst vor diesem, oh, jetzt lesen wir auf einmal Bücher, oh, jetzt gucken wir auf einmal Fernsehen, oh, jetzt sind wir am Smartphone. Aber man muss ja auch wirklich sagen, dass es mit anderen Sachen korreliert, wie zum Beispiel, eine erhöhte psychische Erkrankung, aber auch, was ja glaube ich auch so ein Thema ist, worüber total wenig gesprochen wird, dieser allgemeinen, die allgemeine Intelligenz von Menschen, die ja irgendwie so einen Peak erreicht hat und langsam abnimmt, das sehen wir teilweise in PISA-Studien. Ich glaube, das sehen wir aber auch in Intelligenztests, wenn ich mich recht entsinne, was überhaupt nicht mit den Medien korrelieren muss, aber natürlich auch eine interessante Entwicklung ist, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir zum Beispiel, also ich persönlich kenne mich total schlecht in meiner eigenen Stadt aus, ich brauche immer ein Navi und das ist halt, meine Oma und meine Opa haben das Problem nicht, die haben das alles in ihrem Kopf. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, das ist super, dass wir einfach solche Sachen auslagern können, weil dann haben wir Hirnkapazität für andere Sachen und eventuell sind wir bald so Cyborgs und dann können wir es irgendwo auf einem Chip auslagern in unserem Gehirn und entwickeln uns eben zu so einer Superspezies, die viel mehr kann, weil wir einfach nicht mehr Wissen speichern müssen, sondern einfach nur wissen, wo wir Wissen herbekommen. Andererseits kann man halt dann auch so rangehen und sagen, ja, ist das die beste Entwicklung, ist das vielleicht nicht so am besten gewesen, wie es ursprünglich mal war, mit wenig Technik und da ja diesen naturalistischen Gedanken haben. Ja, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, du hast zum Glück in die Richtung gesprochen, und dann hat es den Gedanken wieder getriggert. Ein Grund, warum auch Männer weniger oder Jungs weniger betroffen sind von dieser Entwicklung, geistige, mangelnde Gesundheit und so weiter oder dass einem halt, dass man mehr zur Depressionen neigt und so weiter, ist tatsächlich auch, dass Männer eh schon viel mehr virtuell unterwegs sind. Also ja, im Gro haben Mädchen, Jungs auch, was Bildung und so weiter angeht, halt schon lange überholt eigentlich und es gibt ja nicht umsonst auch irgendwelche Incel-Bewegungen von irgendwelchen Leuten, die halt in der realen Welt irgendwie gar nicht mehr klarkommen und die halt, ja, sich jetzt sozusagen ihr digitales Leben aufbauen und dann sind die halt, keine Ahnung, irgendwelche heftigen Gamer und kriegen dort ja ihre Anerkennung, ihren Status und auch ihre coolen Erfahrungen. Ich meine, Gaming macht Spaß, da kann man auch Geld mit verdienen und so weiter und irgendwann kommt man vielleicht sogar an den Punkt, dass man so sagt, ja, wieso ist jetzt eigentlich diese reale Welt irgendwie besser und wertvoller als die digitale Welt. Da kann ich mir ja auch alles holen, eigentlich was ich brauche. Irgendwann haben wir vielleicht noch irgendwelche virtuellen Girlfriends dann, die auch immer echter oder realistischer werden und so weiter. Ja, vielleicht ist das auch einfach der Pfad, auf dem wir jetzt sind und wo es am langen Ende auch mündet, dass wir dann in irgendeiner heftigen Matrix irgendwie landen. genau das wollte ich gerade auch sagen. Vielleicht sind wir einfach gerade auf dem Weg in die Matrix beziehungsweise vielleicht sind wir auch schon in der Matrix. Vielleicht sind wir gerade die ganze Zeit in einer simulierten Realität und labern so über Ja, rausgehen und echte Neo und Berührungen und sowas und in Wirklichkeit ist alles irgendwie in unserem Kopf und vorgespielt und da bewegen wir uns gerade wieder hin. Aber es wäre ja super absurd und irgendwie voll ironisch, wenn wir in der Simulation uns jetzt selber eine Simulation bauen, sozusagen, in die wir uns pflichten. Simulation in der Simulation. Gibt es ja diese Brain in a Vet Gedankenexperimente und so. Also ich hoffe immer, dass es nicht stimmt, aber wir bewegen uns ja gerade eh drauf zu. Also von dem her ist es dann irgendwann auch egal. Dann sind wir spätestens dann in der Matrix. Ja, das stimmt. Es ist sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, ich habe eigentlich alle gröbsten Takes abgehandelt. Ich glaube auch. Also wahrscheinlich müssen wir dann jetzt die Zuschauer fragen, ob die das interessant fanden, uns hier zuzuhören, wo wir auch jetzt eigentlich jetzt nicht mega journalistisch, wissenschaftlich irgendwie gearbeitet haben, sondern einfach mal, ja, laut nachgedacht haben. Aber, also ich fand es persönlich sehr anregend und interesting und natürlich gehen die Videos hoffentlich bei uns beiden dann voll durch die Decke und dann machen wir das einfach wieder und machen virtuellen Stammtisch. Weil Realtreffen wissen wir uns ja auch nicht mehr. Ja. Wir machen das jetzt digital. Ist eh viel einfacher. Nö, also für mich wäre das auch gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Sehr gerne. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr gespannt auf die Kommentare von Leuten, die dann auch gerne einfach mal frei assoziieren dürfen, was sie wovon halten. Genau. Und lass gerne nochmal irgendwann demnächst zu irgendwelchen Themen, die wir haben, sprechen. Genau. Wir werden bestimmt einiges an BS gesagt haben und da kann man uns ja dann drauf hinweisen und dann können wir da wieder weiterreden und berichtigen. Top. Gut. Cool. Schönes Schlusswort. Alicia, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir auch und geh ein bisschen raus. Hänge nicht zu viel am Smartphone. Ich spiele heute Abend noch Schach, also das ist nicht so viel besser, aber wenigstens draußen. Ja, sehr gut. Alicia, ciao.